löschen hallöchen liebe freunde so wie haben die zwei riesen ja platt gemacht und wir haben keine heimittel mehr und ja wie mache ich das denn jetzt wir haben nichts mehr okay auch man können alles gar gebrauchen was wollen wir hier auch nicht so wir haben nichts mehr hier noch irgendwas doch hier habe ich noch zwei mittel und mit her geht's ja ja immer das erst mal mein zwei die ich hergestellt habe so das wird dann das bereichen so dann machen wir das mal wir brauchen wir kommen direkt mit zombies aber es sind so schön ja komm her ist nur einer probleme das ist ja ganz schön wieder motzen sehr nice so wir müssen irgendwie darüber das hat mir das hat mir das hat irgendwie b kurz darüber das ist ja auch manchmal und hier auch karte ist da gibt es auch so ist das schade kann ich nicht drauf gehen so da krieg ich einen katana wie geil ist das denn oh cool oh das ist klar da krieg ich schon ein schönes katana bestimmt nicht lange halten hier ist es hier okay das braucht man nicht unbedingt so das dürften wir die eigentlich raus machen können befreien können so was haben wir hier ich laufe nicht diesmal da durch ist es noch irgendwas ist noch irgendwas hey beine sind in der nähe in die feine da ja mal her wollte es vor uns nicht schlachten kann das sein dürfte nichts mehr sein oder noch mal dass er jetzt nichts ist da ist nichts hier die feine sind daneben hä wo denn da feine noch schälen ne wo denn die feine da hinten sind beide ja da sonst um zu kann hier nichts machen meine hoffen ist nicht die feinde hier hallo so machen wir schöne ersatzteile ich sehe keine feinde ne wir haben schon fast nachts echte trübeln okay alles klar machen wir die mal platt denke ich mal dass es die sind so nicht runter weinen nicht runter weinen hallo hallo so dann hoffe ich mal dass es jetzt gewesen ist hier ich glaube nicht dass ich hier rein muss oder ne das ist die dunkle höhle da bin ich nicht rein da bin ich nicht rein ok ok sonst noch irgendwo vielleicht ne ich sehe sonst keine feinde ja jetzt ich bin gleich da wo kommt ihr denn noch einmal her ja ok ah shit hat nicht geholfen so einmal durchsuchen bitte heilmittel wäre gut alles klar ich halte mich wieder mal so ich hier was drücken ja einmal einschalten ich bin hier oh 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 hallo andersin ups das war's sorry ok du hast mein leben gerettet erlassen danke schlaf gut oh schade 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 so ja dann gehen wir zum hektor oh ja da hängt wieder ja danke so ein bekannter ort muss hier hinter was ins dunkle weil du mich verarschen nein will ich nicht äh kannst du nicht mal schnell reisen oder was ne schade ist hier mhm lebensgebiet ok es ist noch so viele da spielen alles klar wir gehen wir suchen jetzt hektor hier liegt was mit nur so selten hier so mir hoch komm da komm ich schon bestehen ich bin hier leider nicht sie hat es hinter sich äther sie hat mir das leben gerettet wer war die freaks vom bazar nein es ist halt einfach so passiert wir müssen das windrad zurückerobern deshalb habe ich einheiten zum bazar geschickt wir werden bei den wilden aufräumen ich habe gehört dass der tunnel durch die explosionen versperrt wurde tut mir leid das stadtzentrum wird nur noch etwas warten müssen ist schon in ordnung ich muss sowieso zuerst etwas zurückholen alles klar ja hier ist nichts ich bin gebrauchen gerade ja die habe ich das nicht zu verdanken die leute vom bazar sind komplett durchgedreht sie metzeln die wk's ab mich hätten sie auch um ein haar erwischt ich komme dich holen nicht nötig hast du den grie schlüssel ich habe alles amigo komm zu sarah und jana der tunnel zum stadtzentrum ist versperrt ich habe eine andere idee beeil dich okay ich komme schon brauchen wir auch ein bisschen heimittel haben wir irgendwas ja perfekt ich weiß mich was bist du was genau irgendwas ich höre biel kann ich irgendwie heimittel herstellen einmal honig einmal honig nur gerade wir können uns aber wenigstens einmal heimittel herstellen dass wir uns feilen kommen so einmal heimittel danke dass wir auf der sicheren seite sind äh ne noch nicht so okay dann gehen wir mal dahin öffnen 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 so und das sind sie unten sein schön dass ein heimittel herkannter ist ich dass ich hier rein muss ich komme auf den turm oder habe ich den turm schon ne den habe ich noch nicht öhh wie kann man denn hier auch ach so da muss ich dann okay das wird nicht klappen das war klar dass es nicht klappt nicht so dunkel shit shit wir sollten uns beeilen ok hat nicht geklappt äh so einmal hoch nochmal danke ne kommen wir nicht hin alles klar wir müssen brauchen ein anderes örtchen so dunkel das ist gar nicht gut so schon wieder hier ist ein heimstoffbehälter wo sind wir denn hier überhaupt ja komm jetzt zeig mir die karte wir sind da unten ich glaube sollten dann erstmal hier hingehen auch shit ich gehe nach was schlafen hier oh ein totes mitsch da ist aus wie leider nix leider nix aber hier haben wir was aber hier haben wir was sehr nice jetzt aber eben hat es noch nicht geleuchtet jetzt ist das kein problem mehr oder jetzt ist das kein problem mehr oder hier nur sitze eingang hallo hier macht da schon ich werde mal schlafen gehen ja hier hier hat bereits ein auge auf dich geworfen ganz schlechte karten mein schlafplatz hat das jetzt wo ist denn jetzt hier mein schlafplatz wo war doch hier mein schlafplatz aber ich glaube eher in so einem komischen raum hier noch weiter unten er kann da nicht hier unten gewesen sein mein schlafplatz doch hier haben wir den hier schönes nix ok kann man mitnehmen irgendwie geht das nicht ok geht nicht alles klar kann man hier erstmal schlafen ist tages einbruch aber jetzt nacht oder tag haben wir nicht also alles klar zum auftrag so dass man immer so lange dauert ist es auch bis noch an auf karte das kann man weg machen da wollen wir mal hin alles klar da gehen wir mal dahin so rennt er nicht ach so hat man wenn wir gerade hier sind ich bestimmt auch einkaufen das war mit den gruppen einkaufen irgendwas das ist sicher dass man was du denn hier ist schön für mich das versprach 250 da haben wir das doch was ich brauche achso das kann ich auch quälen haben wir das auch äh weiß nicht ob ich das hier mitnehmen soll naja ja nicht so das jetzt hochspannung genau war ja auf jeden fall okay wir haben schon nichts mehr zum aufnutzen okay das war schon so kaufen und ich kaufen haben wir schon so zu behörden auf dem mod nix nix so okay alles klar brav bleiben haben sie eine wahl äh 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 danke händler verkaufen danke danke so verkaufen jetzt haben wir hier ein schönes mal verkaufen ähm ja kann man auch verkaufen viele brauchen wir nicht äh äh so wach mal war es mal genug da was haben wir hier noch hier auch verkaufen das war genug kohle kohle hallo kann ich nicht so verkaufen und schon sagen was ich nicht mehr verkaufen kann so so damit weg damit ähm 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 kann ich das glaube ich auch verkaufen alles verkaufen zu mir noch und kohle wenn ich was könnte hier verkaufen gar nichts eigentlich okay dann gehen wir auch kaufen erstmal was ist schon alles 60 da war ich eigentlich nicht mal hier unten noch so was war so 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 das war schon alles klar alles klar wenn du irgendwo was kaufen könnt wenn du irgendwo was das was ist das habe ich das jetzt abgehakt oder nicht guck mal auf der anderen seite hier noch irgendwas nö schade so so 8 uhr morgens so 8 uhr morgens immer drängen wir hier hoch und lassen ist irgendwo hier so so ich da rüber so all diese traurigen gesichter und dann denke ich keiner liebt sich hier noch selbst nur waffen abwärts nur abwärts gift haben erhöht so für spitze ich krieg und vorher da unten erhöht warum eigentlich noch gift alles klar ja ist auch was mit gerne ne schade nix nix hier irgendwas nix wird nur ausgebildet und gucken sich alle so doof an hier aber ich würde sagen dann ist die folge hier erst einmal wieder vorbei und wenn es euch gefallen hat gerne ein Däumchen da lassen bis dann Ciao